Wie bestimmen die Awachun-Ureinwohner des Amazonas eigentlich ihr Oberhaupt? Der Dorfälteste wird tatsächlich ganz demokratisch vom Dorf gewählt. Dabei wird er auch niemals Chef auf Lebenszeit. Es geht auch nicht nach Alter, sondern es geht um die Fähigkeit, mit guten Ideen zu begeistern und die Probleme des Alltags zu lösen.